Hi und herzlich willkommen zu meinem dritten Video hier in der Videoreihe Netzwerktechnik auf YouTube. Ich bin Sebastian, das weißt du hoffentlich mittlerweile. Und beim letzten Video habe ich dir so ein bisschen was erzählt zum Thema Ethernet. Wir haben uns unterhalten über, was ich großspurig die Evolution des Ethernet getauft habe. Das heißt, wir haben geredet darüber, wie eigentlich alles angefangen hat, was Ethernet eigentlich ist, um so ein bisschen den Sprachgebrauch mit Ethernet, mit dem Begriff Ethernet mal ins richtige Licht zu rücken. Und dann haben wir uns angeschaut, wie Ethernet eben quasi evolved ist, also wie es sich weiterentwickelt hat bis heute. Klar, das war ein total kurzer Abriss, aber ich denke, hat so ein bisschen zu verstehen gegeben, okay, früher immer Bus, heute Sterntopologie, aber eigentlich immer noch alles Ethernet, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Ich habe den Bus nicht ganz ohne Hintergedanken mit aufgenommen, denn heute, in diesem Video hier, möchte ich euch ein bisschen was erzählen, wie man bei Ethernet gemeinsam auf das gemeinsam genutzte Medium zugreift. So, das gemeinsam genutzte Medium. Wir haben ein sogenanntes Shared Medium, wo mehrere Endgeräte dranhängen, im Bus wie auch im Stern ganz offensichtlich zu erkennen, denke ich. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie diese Rechner da gemeinsam, wie Endgeräte gemeinsam das Medium quasi nutzen können. Das war das eine. Und der zweite Punkt für heute ist eben der Aufbau des sogenannten Ethernet-Rahmens. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Video habe ich euch erzählt, es gibt da so eine Art festgelegtes Format, wie man bei Ethernet miteinander zu kommunizieren hat. Das Format legt, genauer gesagt, fest, wie die Daten anzuordnen sind, die man austauscht. Und dieses Format möchte ich euch heute auch noch ein bisschen näher vorstellen. Ja, ihr kennt das Prozedere bereits, es wird dann wieder auf der digitalen Tafel passieren. Ich habe, wie beim letzten Mal auch schon ein bisschen was vorbereitet, was ich euch dann jetzt gleich gerne zeigen möchte und wo ich dann wieder noch so ein paar Sachen dabei schreibe. Auch bei diesem Video gilt, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas habt, dann lasst sie mir am besten gleich als Kommentar unter dem Video da. Und alles, was ich aufschreibe, steht hier unten drunter. In der Videobeschreibung gibt es also einen Link, ja, zu dem PDF. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal rein und legen mal los, dann finden wir auch ein Ende. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier auf dem Surface angekommen und wie ihr sehen könnt, heute umfasst unsere Liste eigentlich nur zwei Punkte. Nämlich den ersten Punkt, das Ethernet-Zugriffsverfahren CSMA-CD. Da wollen wir gleich mal klären, wofür das steht und was das bedeutet und auch so ein bisschen, wie es funktioniert. Und danach schauen wir uns also den Aufbau von einer Nachricht an, wenn sie im Ethernet, nach der Ethernet-Technologie, nach dem Ethernet-Format aufgebaut ist. Und wir nennen das also den sogenannten Ethernet-Frame, im englischen Frame der Rahmen eben. Okay, vielleicht noch ein paar kurze Worte vorweg. Wenn wir über das Zugriffsverfahren CSMA-CD nachdenken, dann möchte ich euch bitten, euch quasi daran zu erinnern, wie ihr, oder darüber nachzudenken, wie ihr euch zum Beispiel in einer Dreierkonferenz beim Telefonieren verhalten würdet. Weil das CSMA-CD bildet eigentlich, sagen wir mal, normalen, gesunden Menschenverstand nach, im Endeffekt. Angenommen, ihr telefoniert mit drei Leuten. Dann ist es ja so, dass wenn alle drei Leute dann letzten Endes irgendwann quasi zugeschaltet wurden und alle drei sich quasi auf derselben Leitung, in Anführungsstrichen, befinden, dann ist es also so, wenn irgendjemand etwas sagen möchte, dann wird er vorher zunächst einmal quasi überprüfen, ob kein anderer redet. Also wir fallen uns, wenn wir miteinander sprechen, im Regelfall nicht einfach so ins Wort, sondern alle drei Teilnehmer an so einer Dreierkonferenz, geht natürlich auch für mehrere, würden jetzt erstmal eine Zeit lang warten und lauschen und hören, ob irgendjemand sonst irgendwelche Nachrichten sendet, sprich redet. Wenn das nicht der Fall ist, dann fange ich also an zu plappern und erzähle, was ich so zu erzählen habe. Also vielleicht sagt Andrea zu Bertha, liebe Bertha, wie geht es dir denn heute? Und Bertha wird dann antworten, nachdem eben wieder Stille herrscht, ja Andrea, mir geht es eigentlich ganz gut. Und dann stellen sie vielleicht eine Frage an Charles und so weiter und so fort. Manchmal kann es passieren, wenn längere Zeit Stille herrscht, dass sich zwei Leute bei so einer Dreierkonferenz vielleicht gleichzeitig dazu entschließen, loszuplappern. Das führt dann meistens zu Kuddelmuttel, keiner versteht den anderen. Und was machen wir dann im Regelfall, wenn uns so etwas passiert? Genau, wir halten erstmal unseren Rand und warten erstmal ab. Meistens einfach schon aus Schreck. Allein so, ups, ui. Ja, das heißt also, wir warten dann einfach. Und wenn dann wieder Stille ist, dann nach so einer bestimmten Zeit wird wahrscheinlich einer von beiden dann anfangen und wird sagen, okay, also ich wollte das und das sagen. Und dann spricht dann der Nächste und sagt, ja, ich wollte das und das sagen. Ja. Also das ist ja quasi, wie wir intuitiv uns in so einer Telefonkonferenz verhalten würden. Wir fallen uns nicht gegenseitig ins Wort, sondern wir warten immer, ob eben gerade keiner redet. Und wenn keiner redet, dann reden wir. Okay, genau so funktioniert eigentlich das CSMACD. Ja, das ist nichts anderes. Nur eben haben wir jetzt keine Dreierkonferenz oder Mehrfachkonferenz beim Telefon, sondern eben ein gemeinsames Medium, ein genutztes Medium bei der Rechnerkommunikation. Ich habe hier schon ein bisschen was aufgeschrieben dazu und zwar folgendes. Erstmal die Definition CSMACD. Das sind natürlich nicht einfach irgendwelche Buchstaben, die einer wild aneinandergereiht hat, sondern nein, das hat natürlich auch eine Bewandtnis, eine Bedeutung. Das CS in CSMACD steht für Carrier Sense. Ja, Carrier, das ist unser Medium. Und Sense bedeutet so viel wie, dass alle Teilnehmer das Medium quasi überwachen, das Medium belauschen. Ja, deswegen habe ich da versucht ein Ohr hinzumalen. Ich hoffe, man kann das erkennen, dieses grüne komische Ding da, das soll ein Ohr darstellen. Also ich bin kein Künstler, das sieht man sicherlich. Okay, also alle lauschen grundsätzlich am Medium. Multiple Access bedeutet also, dass jeder Teilnehmer im Netz das Recht hat, das Medium zu benutzen, um Nachrichten zu übertragen. Ja, also jeder darf das Medium nutzen und alle sind quasi gleichberechtigt in diesem Netz. Es gibt also niemand, der irgendwie den Vorrang oder sowas hat. Ja, bei anderen Zukunftsverfahren funktioniert sowas vielleicht anders. Ja, es gibt auch zwei Zukunftsverfahren, wo so eine Art Gutschein rund geht, ein sogenanntes Token. Ja, wo also wer das Token gerade hat, der darf das Netz benutzen. Das ist hier nicht so, sondern jeder darf eigentlich zu jedem Zeitpunkt das Netz benutzen, sofern es eben frei ist. So, und wenn sich eben mal zwei dazu entscheiden, gleichzeitig zu senden, ja, dann kommt es zu einer sogenannten Kollision, so bezeichnet man das. Und eine Kollision ist also nichts weiter Schlimmes, ja, aber sie kann eben auftreten und wenn so eine Kollision auftritt, dann eben, ne, das CD steht für Collision Detection, das heißt also, es wird von den sendenden Teilnehmern erkannt und die werden dann dafür sorgen, dass diese Kollision wieder bereinigt wird. Ja, also, indem sie andere Teilnehmer informieren, dass eine Kollision stattgefunden hat und dann eben auch eine Zeit lang einfach still sind und dann wieder versuchen, erneut zu senden. Okay, das ist also im Grunde genommen so die Kurzfassung und, ja, ich habe das hier jetzt nochmal versucht, so ein bisschen grafisch darzustellen. Also, wir haben hier unser gemeinsam genutzten Kanal. Ihr seht, ich habe im Grunde genommen einen Bus gemalt mit Abschlusswiderständen. Das könnte natürlich auch ein Stern sein, aber ich finde es einfach auf dem Bus ein bisschen schöner zu sehen. Ja, also dieser dicke blaue Strich, das ist mein gemeinsam genutzter Kanal, ja, im Englischen und in der Literatur werdet ihr immer was von einem Shared Medium lesen. Und an meinem Shared Medium sind also A, B und C die Rechner angeschlossen, ja, meine Teilnehmer oder Endgeräte und alle drei sind im Moment am Lauschen, aber auf dem Medium ist nicht allzu viel los, wie man sehen kann. Da nichts los ist, kann also jetzt jeder der drei Teilnehmer gleichberechtigt sagen, okay, dann fange ich jetzt an zu senden. Ja, vielleicht ist es heute mal A, der anfängt zu senden. Ja, er sendet also ein Signal, welches sich dann über die Leitung ausbreitet und von den Terminatoren irgendwann von der Leitung heruntergenommen wird und B und C kriegen das Ganze mit. Wir erinnern uns, wir haben ja schon gesagt, beim letzten Mal, da muss man dann schon irgendwie dazu sagen, für wen jetzt diese Nachricht eigentlich ist. Also A muss das irgendwie adressieren, aber dazu kommen wir heute noch, wenn wir uns den Ethernet Frame anschauen. Genau, okay, das ist also der einfachste Fall. Ja, einer sendet, alle anderen lauschen, so funktioniert es ganz gut. Soweit auch keine Kollision, kein Problem. Ja, jetzt kann es halt sein, dass A und vielleicht C sich gleichzeitig dazu entscheiden, zu etwas zu senden. Ja, das heißt also A fängt an, irgendwas zu senden. Ja, das Signal breitet sich aus und bevor das Signal quasi bei C angekommen ist, den mache ich blau, bevor das Signal bei C angekommen ist, fängt C auch an zu senden. Ja, okay, das führt jetzt natürlich zum Problem. Auf der Leitung herrscht jetzt im Grunde genommen Kuddelmuddel, wie auch bei der 3er-Konferenz beim Telefon. Also die Signale überlagern sich und es entsteht eine höhere Spannung als im Regelfall. Also die Spannung überlagern sich, es gibt eine größere Spannung und daran erkennen die beiden Rechner dann letzten Endes auch, oh, hier hat eine Kollision stattgefunden. Ja, das heißt also Kollision ist was ganz normales. Ja, es kann halt mal passieren, dass zwei gleichzeitig senden, aber diese Kollision muss jetzt in irgendeiner Form aufgelöst werden. Also müssen jetzt beiden Sender, die jetzt mitgekriegt haben, oh, da gab es eine Kollision. Ja, die müssen jetzt irgendwie die restlichen Rechner darüber benachrichtigen, dass eine Kollision stattgefunden hat und dass im Moment irgendwie das Medium ziemlich belegt ist. Ja, und dafür senden die also ein sogenanntes Jam-Signal. Ich weiß gar nicht, mit was ich das jetzt einzeichnen soll. Vielleicht mache ich das mal mit Orange. Ja, das Jam-Signal wird also jetzt gesendet und zwar von beiden Teilnehmern. Ja, das Orangene, das ist das Jam-Signal. Ja, Jam, das Wort kennt ihr vielleicht aus dem Englischen, Traffic Jam, Verkehrsstau. Also auch hier ist es jetzt im Grunde irgendwie zu einem Stau gekommen, irgendwie zu einem Problem, zu einer Kollision. Das Jam-Signal, ja, wird also gesendet, wenn eine Kollision stattfindet. Ja, das ist so der Ablauf. Ja, also erstens, Kollision findet statt, schreibe ich mal. Zweitens, dann gibt es ein Jam-Signal auf die Leitung. Ja, das ist das allererste, was die Rechner dann machen. Und im dritten Schritt, ja, jetzt sind wir quasi an der Stelle, wo auf einer Telefonleitung, ja, bei der Dreierkonferenz würde jetzt Totenstille auf der Leitung herrschen, weil es zwei Leuten peinlich ist, dass sie sich gerade gegenseitig ins Wort gefallen sind. Ja, und also jetzt ein dritter Stelle muss jetzt quasi, müssen jetzt die beiden Verursacher, die hören irgendwann auf, das Jam-Signal zu senden. Und dann, ja, man sagt, die Rechner würfeln dann, die Teilnehmer würfeln dann eine Zufallszeit aus. Ja, also die, die warten quasi eine zufällige Zeit ab, bevor sie erneut versuchen zu senden. Ja, also dieser hier wie auch dieser hier warten jetzt also eine Zufallszeit einfach ab. Ja, also Rechner A oder Teilnehmer A wie auch Teilnehmer C, ja. Und dann müssen sie eben eine zufällige Zeit X, müssen sie dann warten. Ja, und wenn sie diese Zeit abgewartet haben, dann startet der eigentliche Vorgang wieder von vorne. Das heißt, danach geht's wieder los mit lauschen. Upsi, lauschen. Ja, also nochmal, wenn zwei Rechner gleichzeitig senden, dann kommt es zu einer Kollision. Eine Kollision ist nichts Schlimmes, auch wenn das Wort ziemlich negativ behaftet ist. Und wenn die so eine Kollision eben stattfindet, ja, dann gibt's als Antwort darauf quasi oder als Reaktion darauf von den beiden Verursachern ein sogenanntes Jam-Signal. Ja, also dann wird der Rest im Netzwerk informiert, hier, hm, Kollision ist gerade alles ziemlich doof. Wenn man mit dem Senden des Jam-Signals fertig ist oder auch schon währenddessen, wird eine zufällige Zeit X berechnet, ja, von der oder die beide Rechner dann abwarten müssen, bevor sie erneut versuchen dürfen zu senden. Die fangen natürlich nicht einfach erneut an zu senden, sondern die lauschen dann erst wieder. Und wenn sie dann merken, die Leitung ist frei, dann können sie senden. Das heißt also, wer hier im Grunde um die kleinere Zahl würfelt, ist halt schneller. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, das ist im Grunde genommen schon das ganze CSMA-CD, das komplette Zugriffsverfahren bei Ethernet. Also wie ich schon sagte, es ist eigentlich, ja, ziemlich gesunder Menschenverstand, was da passiert. Also man merkt, dass sich das Menschen ausgedacht haben, weil sie haben sich daran orientiert, wie sie selber kommunizieren würden, gerade für den Fall, dass man sich gegenseitig eben nicht sieht. Bei einer Kommunikation, wo man sich gegenseitig in die Augen gucken kann, wir als Menschen, da haben wir natürlich, da sehen wir ja schon, dass der andere quasi ausholt, um was zu sagen, dann sind wir still. Also da passiert es nicht so oft, aber gerade am Telefon, wenn man den anderen, den Gegenüber nicht sehen kann und seine Absicht, etwas zu kommunizieren, nicht so wirklich deuten kann. Und das haben wir hier in so einem Computernetzwerk immer. Wir haben keine Ahnung, ob der andere, ob ein Gegenüber oder ein anderer Teil im Netz irgendwie kommunizieren möchte. Ja, da müssen wir dann eben im Grunde genommen, also da kann es eben dazu kommen, dass mal so eine Kollision stattfindet. Okay, also das war das Zugriffsverfahren CSMA-CD. Eigentlich ganz simpel, eigentlich ganz einfach. Der zweite Teil heute im Video ist der Aufbau von so einer Ethernet-Nachricht. Ja, also die Signale, die wir jetzt hier, das was ich hier so rot und blau eingezeichnet habe, diese Signale, das sind eigentlich Bitfolgen. Ja, also diese Signale stellen Bitfolgen da, Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen, habe ich ja schon beim letzten Mal erklärt, die muss man irgendwie deuten. Ja, und hier dieser Ethernet-Frame, den ich euch jetzt hier vorstellen möchte, ja, der gibt quasi an, wie die Nullen und Einsen zu deuten sind. Ja, also hier unten seht ihr den Aufbau des Ethernet-Frames. Den Text erläutere ich gleich noch. Ja, und ihr seht also, der Ethernet-Frame besteht mehr oder weniger aus mehreren Feldern. Das erste Feld ist eine sogenannte Präambel, ja, oder im Englischen Preambel, na gut, klingt fast identisch. Ja, dann kommt ein Feld, das nennt sich SFD, kurz für Start-of-Frame-Delimiter. Dann haben wir eine Destination-Address, eine Source-Address und so weiter. Ja, schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Ähm, und wir beginnen ganz vorne bei der Präambel. Ja, was ist denn das eigentlich? Präambel, das ist ein komisches Wort, ne? Ähm, eigentlich ist das ziemlich einfach. Der Präambel ist eine alternierende Folge von Einsen und Nullen, so sagt man, ja. Also der Rechner sendet quasi die ganze Zeit 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 und so weiter. Warum tut er das? Das dient dem Gegenüber dazu, sich quasi auf, äh, auf die, auf das, äh, das sendende Signal oder auf das Signal, was er empfängt, zu synchronisieren, quasi zu merken, Okay, wann ändert sich hier was? Wann ändern sich die Zustände? Wie in welcher Zeit muss ich, oder nach welcher Zeit Spannen muss ich das, äh, Netzwerksignal wieder abtasten und gucken, was sich geändert hat, ja? Also das hier dient nur der Synchronisation der beiden, äh, Geräte, die da miteinander kommunizieren. Synchronisation, ja. Mehr ist das nicht. Und, ähm, ja. Ja, der Start-of-Frame-Delimiter gibt jetzt im Grunde genommen nur an, dann, jetzt geht's also los, ja. Der Start-of-Frame-Delimiter, äh, das gehört quasi nicht so richtig zum Frame dazu. Man könnte hier also auch so eine Grenze einzeichnen und kann sagen, okay, also das ist dann eben 3x1, 0 und 1x1, ja. Ja, quasi der Startschuss für die Nutzdaten. Ich schreib's mal in Anführungsstrichen hin. Das ist also der Startschuss, ja. Das Zeichen, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Dinge, die dich interessieren müssen. Die Synchronisation ist jetzt vorbei. Ja. Ähm, ähm, dann kommt als allererstes wird, äh, kommt die, die Destination MAC-Adress. Warte, mac-Adress, was ist das denn? Ähm, jedes Gerät in einem Netzwerk muss eine eigene und eindeutige Adresse haben, ja. So wie auch alle Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, ja. Wenn ihr einen Brief zu jemandem versenden wollt, dann müsst ihr die Adresse von dem, demjenigen eingeben oder angeben auf den Brief und diese Adresse darf natürlich in Deutschland nicht zweimal vorkommen, sonst wisst die Post ja gar nicht, wohin mit dem Ding. Und so ist das im Netzwerk eben auch. Jedes Gerät braucht eine eindeutige Adresse, damit andere Geräte eben Nachrichten an genau dieses eine Gerät übertragen können. So eine Adresse kommt mit jeder Netzwerkkarte mit. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. In eurem PC ist eigentlich eine Netzwerkkarte drin. In eurem Notebook sind sogar meistens mehrere Netzwerkkarten drin. Eine, mit der man, äh, über das, äh, kabelgebundene Netzwerk eben kommunizieren kann und eine, mit der man über WLAN, also per Funk kommunizieren kann. Egal, ob ich jetzt ein kabelgebundenes Netzwerk habe oder ein Funk-Netzwerk, in jedem Fall hat meine Netzwerkkarte eine solche MAC-Adresse, ja. Man nennt das also eine MAC-Adresse. Ich werde, wie so eine MAC-Adresse aufgebaut ist, werden wir noch, äh, später, äh, genauer erfahren, aber jetzt merken wir uns erstmal, dass die Adresse des Zielgeräts quasi zur Netzwerkkarte gehört. Das gilt übrigens auch für die Adresse des Absenders, ja. Also, diese beiden Adressen sind an die Netzwerkkarten gebunden. Jede Netzwerkkarte hat eine, upsie, eine weltweit eindeutige, ziemlich cool, MAC. Ja. Also, jede Netzwerkkarte in irgendeinem Rechner hat eine weltweit eindeutige MAC-Adresse. Ob die immer so wirklich ganz weltweit eindeutig ist, das sei nochmal dahingestellt, aber das Konzept der Netzwerkkarte, der der MAC-Adresse sagt also, MAC-Adressen sollen weltweit eindeutig sein. Okay. Also, wenn jede Netzwerkkarte so eine MAC-Adresse hat, dann kann also ein Rechner oder ein Endgerät, äh, unter Angabe der MAC-Adresse ein anderes Endgerät adressieren, ja. Und die Ziel-MAC-Adresse ist eben das allererste, was man überträgt, wenn man, ähm, so einen, äh, äh, Ethernet-Rahmen sendet. Warum? Klar, wenn das, äh, wenn alle Geräte am Lauschen sind, dann lauschen die, ähm, und kriegen die, ähm, hoffentlich da oben ganz schön, also die Preamble ist sieben Bytes, die rote Schrift, sieben Bytes lang, der Start-of-Frame-Delimiter ist ein Byte lang, und dann kommt die Destination MAC-Adresse, also die Ziel-Adresse, die ist sechs Bytes lang. Und wenn alle Endgeräte diese sechs Bytes, äh, empfangen haben, dann können sich eigentlich alle Endgeräte, bis auf denjenigen, der jetzt hier an dieser Stelle adressiert ist, äh, äh, können sich quasi wieder schlafen legen und können sagen, okay, nee, hier dieser Frame ist nicht für mich, da muss ich mir keine Sorgen machen, ja, da ich kann auf die nächste Preamble warten und auf den nächsten Start-of-Frame-Delimiter, hier, das ist, äh, für mich uninteressant, ja, deswegen wird zuerst die Ziel-MAC-Adresse übertragen, damit eben Geräte, die nicht gemeint sind, möglichst früh sich wieder anderen Aufgaben widmen können. Okay, nach den beiden Adressen, also Ziel- und Quelladresse, warum eigentlich die Quelladresse, warum muss ich die mit übertragen? Logisch, wenn ich möchte, dass mir derjenige, dem ich da schreibe, auch antworten kann, dann muss ich sagen, wer ich bin, also wer der Absender des Pakets oder des, äh, des Rahmens in dem Falle ist, ja, also ohne die Absenderadresse, hm, wird's immer schwierig, ja, das ist wie ein Liebesbrief ohne Absender, das macht halt auch irgendwie keinen Spaß, ne, ähm, ja, dann kommt der sogenannte Ether-Type, ja, das ist so eine Zwei-Byte-Geschichte, die ich jetzt nicht genauer erklären möchte, weil dazu müssen wir uns wieder über tief ergreifende Dinge Gedanken machen, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht, wir merken uns nur, da ist noch irgendein Feld, das wird auch übertragen und ist für uns derzeit uninteressant. Danach kommt, ja, die sogenannte Payload, die eigentlichen Daten, ich vermerke hier vielleicht beim Ether-Type, ups, vermerke ich mal ein später, ja, da kommen wir noch zu, danach kommen also die Payload, die eigentlichen Daten, ja, ihr seht, das ist 46 bis 1500 Byte groß, das Feld, ähm, warum 46 bis 1500, so ein Ethernet-Frame muss mindestens 64 Byte lang sein, also alles, was drunter ist, ist definitiv kein gültiger Ethernet-Frame und das heißt also, ich muss mindestens 46 Byte an Nutzdaten in das Ding reinballern, ansonsten nutzt es, also wird es als defekter Frame erkannt. Warum das so ist, das hängt so ein bisschen mit dieser Kollisionserkennung zusammen, will ich aber jetzt an dieser Stelle nicht genauer drauf eingehen, kann man sehr schön zum Beispiel unter Wikipedia oder sowas nachlesen. Jedenfalls wird also, ähm, in diesem Bereich quasi, in diesem Payload-Bereich, da liegen dann die eigentlichen Nutzdaten drin, ne, also das, was ich wirklich übertragen möchte, ja, kann man vielleicht auch nochmal hinschreiben, das sind also dann die Nutzdaten, ja, das, äh, was alles da vorkommt, diese ganze Destination-Mack-Address, Source-Mack-Address, das sind ja eigentlich alles Sachen, die ich brauche, um die Übertragung zu steuern, aber nichts, was damit zu tun hat, dass ich wirklich eigentlich richtige Daten, also Informationen übertrage, die ich nachher auch nutzen möchte, ja, deswegen unterscheiden wir eigentlich zwischen sogenanntem Overhead, das ist also alles das, was wir brauchen, um die Übertragung zu steuern, und den Nutzdaten der Payload, ja, also das, was dann wirklich übertragen wird, da kann man sich also auch fragen, was habe ich brutto und was habe ich netto übertragen, ne, also mit, äh, Overload und, äh, mit Overhead und ohne Overhead. Ja, und so ganz zum Schluss kommt noch eine 4-Byte-lange Prüfsumme, upsie, ja, die seht ihr hier hinten, die ist ganz wichtig, und zwar wird der Sender der Daten beim Senden quasi die Prüfsumme bilden, ja, eine Prüfsumme über die Daten, wie auch immer die funktioniert, ja, das ist also sogenannte CRC, Cyclic Redundancy Check, äh, Prüfsumme, so ein 32-Bit-Polynom, und, ähm, diese Prüfsumme wird gebildet und vom Sender quasi an den Ethernet-Rahmen angehängt, ja, also wenn man bis zu Payload quasi das Ganze an den Ethernet, oder das Ganze als Ethernet-Rahmen so ein bisschen sieht, wird das quasi hinten drangehängt, man spricht von einem Trailer. Und beim Empfangen bildet der Empfänger auch wieder die Prüfsumme über die Daten. Und dann empfängt er ja zu guter Letzt die Prüfsumme, die der Sender gebildet hat. Und dann wird halt eben nachgeschaut, sind die beiden Prüfsummen gleich. Wenn ja, dann bedeutet das, dass bei der Übertragung nichts schiefgegangen ist, dass also nicht irgendwie ich mal irgendwo eine 0 gelesen habe, wo eigentlich eine 1 übertragen werden sollte, ja. Sollte das vorkommen und die Prüfsummen stimmen nicht überein, dann wird der Rahmen einfach verworfen, ne, und schmeißen wir den weg, weil dann taugt da nichts. Ja. Also diese Prüfsumme dient dazu, zu validieren, ob der Rahmen bei der Übertragung irgendwie beschädigt wurde. Wurde der Rahmen korrekt übertragen? Fragezeichen. Ja. Das überprüfe ich also mit dieser Prüfsumme, ja. Okay. Also ich, wie gesagt, wir schauen noch mal kurz oben auf die Größenangaben. Wir haben also 6 Bytes Destination Address, 6 Bytes Source Address, sind 12 Bytes, 2 Bytes Ethertype, das sind 14, plus 46 Minimum sind 60, plus 4 sind 64. Das ist also diese Minimal-Grenze, diese 64 Byte, die so ein Frame groß sein muss. Maximal groß sein darf er 1518 Bytes, also 1500 Byte Payload, plus die 18 Bytes, die quasi durch den Overhead entstehen. Ja, das war so ziemlich der Ethernet-Rahmen auch schon, ne. Also, dies ist die Art und Weise, das Format, wie Daten in einem Netzwerk, was nach Ethernet betrieben wird, eben ausgetauscht werden. Ja. Den ganzen Standard hier, den nennen wir, ähm, das ist der Ethernet-Standard an sich, und das hier ist ein Ethernet-Frame nach 802.3. Ja. Also, wenn ihr das hier bei Wikipedia oder generell bei Google oder sowas eingebt, ne, dann findet ihr auch noch ein bisschen tiefgreifendere Informationen zu dem ganzen Kram, könnt ihr euch da noch mal so ein bisschen reinlesen. Ja. Aber, wie gesagt, für uns hier an dieser Stelle, kurz und knapp wollen wir es hier halten. Es geht also darum, ja, welche Daten wann übertragen werden müssen, damit es dem Ethernet-Standard genügt. Ja. Und ihr seht schon, es fängt also an mit der Zieladresse, dann kommt die Quelladresse, dann kommen irgendwelche anderen Daten, dann kommen die Nutzdaten und zum Schluss noch eine kleine Prüfsumme. Okay. Ähm, das war's dann, denke ich, auch soweit, ne. Zugriffsverfahren, CSM, ACD haben wir jetzt hier kennengelernt. Wir denken dabei immer daran, wie eine Kommunikation am Telefon abläuft, gerade wenn wir vielleicht sowas wie eine Dreierkonferenz oder sowas haben und die Leute eben warten und lauschen und gucken, wann kann ich was sagen, ja. Und, ähm, wir wissen also jetzt im Falle der Rechnerkommunikation, dass diese Signale, die ich hier rot und blau eingezeichnet habe, nicht einfach nur, ne, irgendwelche elektrischen Signale sind, sondern von uns eigentlich als Nullen und Einsen interpretiert werden. Und diese Nullen und Einsen wiederum werden dann eben, äh, interpretiert nach dem Aufbau, wie ich ihn hier zeige, ja. Also mit Preamble, Start of Frame Delimiter, Destination, MAC Address und so weiter und so fort. Okay. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Heute mit diesem Video zum Thema CSMA, ACD und Ethernet Frame. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, beim nächsten Mal werde ich euch ein bisschen was zum Thema Hub vs. Switch erzählen. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Hub und einem Switch? Bisher habe ich das ja noch nicht so wirklich genau erläutert und um das verstehen zu können, ähm, werde ich euch so ein bisschen was über die Arbeitsweise von einem Switch erklären. Das ist insofern ganz wichtig. Also, man könnte natürlich einfach, ähm, diese ganz platte Erklärung wählen und sagen, ja, so ein Switch ist ein intelligenter Hub. Das ist auch nicht falsch. Aber sicherlich ist eine etwas ausführlichere Erklärung über die Arbeitsweise von einem Switch nicht verkehrt. Allein schon, wenn ihr später als Administrator in einem Unternehmen seid und ihr wollt einen Switch kaufen. Dann lest ihr verschiedene Datenblätter und dann wollt ihr verstehen, warum der eine Switch vielleicht teurer ist als der andere und ob er deswegen besser für euch geeignet ist, ja. Und um sowas besser verstehen zu können, um überhaupt grundlegende Sachen in solchen Datenblättern verstehen zu können, ist es immer gut, sich mit der Funktionsweise von solchen Geräten auseinanderzusetzen. Also, deswegen beim nächsten Mal Hub vs. Switch, ja. Ähm, wenn ihr irgendwelches Feedback für mich habt, wenn euch heute besonders gut gefallen hat, aus was für Gründen auch immer oder besonders schlecht, wenn ihr sagt, hier, du solltest mal dieses oder jenes ändern, ja, gerne lasst es bitte als Kommentar hier unter dem Video da oder schreibt mir eine Mail, kontaktiert mich auf Facebook oder per Twitter, ähm, also, welche Social Media auch immer euch gerade passt, ja, nutzt es bitte einfach, ja, ich freue mich über jedes Lob, über jede Kritik, ja, vor allem immer dann, wenn bei der Kritik vielleicht auch gleich noch dazu gesagt wird, wie ich es denn besser machen könnte, ja. Okay, ähm, ansonsten sehen wir uns einfach bei meinem nächsten Video und bis dahin sage ich mal, ciao!